ähm let's go, let's go, let's go Seville, Bro Junge, was machst du denn wieder hier? Lass mich doch in Ruhe trainieren immer Ja, Bro, ich check das nicht Jedes Mal, wenn ich hier in Roblox bin, bist du in irgendeinem Gym und trainierst Aber Bro, du bist ein Lauch, daran wird sich auch nichts ändern Ich bin größer als du, laber nicht rum Jetzt geh mal weg und lass mich trainieren, was willst du denn wieder? Junge, wie was trainierst du überhaupt? Äh, ich will vielleicht einen guten Körper haben, ich will fit für die Mädels sein Ja, aber Bro, du bist hier im Rennschirm, hier geht es darum, schneller zu laufen, Bro Du bist zusammen wie eine Schnecke Ja, ich habe letztens Körper trainiert, jetzt trainiere ich Beine, so ein Ding ist das Aha, okay, dann zeig doch mal, wie schnell du laufen kannst, Herr Kollege Ja, hier, guck mal, wie schnell, warte, guck mal, boom, siehst du, wie schnell? Ja, komm mal hier, steig mal ab, komm, bist du schneller als ich, zeig mal her Ja, komm, zeig mal Ja, wo, komm her, komm her Ja, hier, du bist doch gar nicht schneller, du, die Schnecke Hey, was glaubst du, wir sind fast gleich schnell Ja, Bro, okay, okay, pass auf Dann lass es so machen, Seve, ich sehe, guck mal, hier gibt es so eine Range-Träger, Bro Lass es doch so machen Ja Wir spielen heute darum, wer schneller wird in 30 Minuten Und der Gewinner kriegt dieses Mal 25.000 Robux Oh mein Gott, okay, das hört sich krass an Aber ich drehe so lange mein Glücksrad Ich mache das schon mal Ja, machst du jetzt mit oder nicht? Ich mache mit, ich habe doch gerade gesagt, das ist krass, ich mache mit Ja, okay, okay, warte, dann lass mich auch kurz an meinem Glücksrad drehen hier Und ich habe mich schon dann ganz kurz gemutet Weil ich werde natürlich wieder ganz viele Robux ausgeben, Leute Um hier der Schnellste zu werden Wir haben direkt hier 5 Siege kostenlos bekommen Das ist sehr gut Okay, ich gucke mal, Leute Ob wir uns direkt hier irgendwas Heimliches kaufen können Dass wir ein bisschen schneller sind als Seve Guck mal, was können wir hier machen? Hier gibt es doch schon irgendwas im Shop zu kaufen Was ist das denn? Doppeltes Lauftempo, Leute Damit sind wir schon mal doppelt so schnell wie Seve Kostet 184 Robux Ich würde sagen, das kaufen wir uns ganz, ganz schnell Zack, das fällt gar nicht auf Ey, VIP kaufen wir uns auch nochmal ganz schnell, Leute Dass wir natürlich auch das VIP-Laufrad nehmen können Sehr, sehr gut, das haben wir gekauft Und wir können auch noch ein paar Haustiere kaufen Okay, das machen wir gleich noch, Leute Ich würde sagen, wir Kaufen uns direkt noch das Void-Train Damit kriegen wir 150% mehr Geschwindigkeit, Leute Kostet 184 Robux Macht es nicht nach Und jetzt würde ich sagen, gemüten wir uns ganz schnell Ähm, Seve Yo, was geht ab? Äh, yo, gar nichts Was treibst du so? Hast du Bock auf ein Rennen oder was? Wir können jetzt gleich mal ein Rennen machen Ich mach schon hier ein paar Rennen Ich hab schon ein paar Siege geholt Okay, bei drei laufen wir gemeinsam los, okay? Okay, ein Moment Ich hab grad nur mal hier Äh, was bekommen Okay, wir können Let's go Okay, drei, zwei, eins und let's go Wow Äh, ey, Bro Warum bist du so schnell? Guck mal, ich überrunde dich einfach, hä? Ähm Guck mal Ja Ja, Bro, ich war doch auch noch gar nicht auf dem Laufband Hä? Hä? Was ist denn mit dir falsch? Ja, lass mich ganz kurz aufs Laufband gehen, okay? Ich geh jetzt auch mal ein bisschen aufs Laufband Ja, aber ich geh nicht aufs VIP-Laufband, ne? Also Ja, das hab ich nicht, ne? Aber mal gucken Wie viel Wie viel Geschwindigkeit hast du denn jetzt bei den Schuhen oben? Sag du erst 125 125 So sieht's aus Ja, ich hab leider erst 80 Aber wir können ja trotzdem gleich mal ein Rennen machen Ja, und ich hab schon ein Pad Ich hab schon ein Pad Du hast schon ein Pad? Ja, siehst du doch Guck mal Jimmy Wo hast du den denn hier? Äh, den hab ich bekommen Ich darf den aber nicht verraten von wo Ah, du hast auch so hier einfach ein Ei abgeholt Ja, das kann ich auch machen Ich krieg jetzt ja auch ein Ei Ich hab auch Jimmy bekommen, hä? Du hast auch einen Jimmy? Ja, ich hab auch einen Jimmy Ich rüst Jimmy jetzt aus hier Guck, sag hallo zu meinem Jimmy Sag mal, wie hässlich dein Jimmy aussieht Ich guck jetzt mal Junge, lass mal Jimmy in Ruhe Ja, okay, lass das Rennen machen Ich bin ja gespannt, wer jetzt schneller ist, okay? Okay, komm her Also Drei, zwei, eins, go Hä, wie hast du das gemacht? Bro, das ist Guck mal hier Überrundet Bro Wie viel Geschwindigkeit hast du? Ich flieg einfach aus der Map raus Weil ich so schnell bin Bro, wie viel Geschwindigkeit hast du? Ja, grad mal Grad mal 2000, Bro Was? Ja, man muss ja Man muss ja auch einfach mal ein bisschen trainieren Also ich mein Du hast 2000? Ja, nicht mehr ganz 2500 jetzt Also ich bin jetzt In der anderen Welt Ich weiß ja nicht, ob du schon so weit bist Achso, ja, Bro Also Die andere Welt Da komm ich doch schon lange hin Für wie langsam hättest du mich denn, Bro? Also ich Glaube Bin jetzt schneller als du Ich glaube, ich bin jetzt schneller als du Ich bin schon in der zweiten Welt Ey Ich bin jetzt auch hier Oh, hier ist du Wüste oder sowas, ne, Bro? Ja, ja So ein bisschen Wüstenmäßig ist das Ja, da bist du ja doch schon Okay Oh, was ist das hier? Ähm Ah, was? Da besitzt du schon? Oh, okay Wie, was besitzt du schon? Ich besitze gar nichts Ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar neue Turnschuhe Oh Du kannst neue Schuhe kaufen hier? Oh mein Gott Installschuhe Und so kann man da kaufen Ey, das sieht ja richtig krass aus Guck mal, ich gehe, was da alles gibt Blaue Schuhe und so Leere Schuhe Okay Schönes Wetter heute Schönes Wetter heute draußen, oder? Alter, freshe Schuhe, Bro Welche Warte mal, welche hast du dir denn geholt? Äh, das sind die Nike-Schuhe Für 30 Euro gewesen Ach, du hast dir leere Schuhe geholt? Was? Nein, Bro Niemals Ich will doch keine leeren Schuhe kaufen, Bro Hä? Aber warte mal Warum bekomme ich hier jetzt weniger Schuhe? Hä? Du hast einfach leere Schuhe gekauft Ich glaub's grad nicht Ey, Bro, aber warum bekomme ich hier weniger dazu als davor? Liegt da an deinen Schuhen vielleicht Das sind vielleicht Nein, das sind ja meine Schuhen Das sind Rotzlöffel-Schuhe vielleicht Deswegen Ausgescheiden Ich will jetzt ohne Schuhe hier laufen Hä? Äh, nee, ich bin trotzdem langsamer Bro, 7 ist mir egal Ich mach dich trotzdem fertig Hier, guck Wie viele Wins hast du denn schon jetzt oben? Zehn Aber komm mal, renn Komm, trau dich Miu Was? Bro, was ist mit dir? Miu Okay, Junge, überrunde dich zehnmal, Bro Zehnmal überrunde ich dich, Bro Ey, das ist unfair, Bro Wie schnell bist du denn? Ey, die Schuhe, Bro Geben mir vielleicht nicht so viel Füße dazu Oder Schnelligkeit Aber dafür geben die mir einen unnormal krassen Boost Guck mal, diese Schuhe Ich bin jetzt noch viel schneller damit Und direkt nochmal Das ist echt krass Aber, Bro, ich sag dir ehrlich Es geht hier ja auch, wer weiter bei den Leveln kommt Ich bin jetzt schon beim nächsten Level, ne? Bro, ja Das kostet 100 Siege Oder brauche ich noch zwei? Egal Ich bin schon beim nächsten Level, Freunde Ja, bereut dich doch Bro, wie viel Schnelligkeit hast du denn? Erzähl mal Kann ich nicht sagen Bro, das ist Betriebsgeheimnis Kann ich nicht machen Was redest du? Das ist Geheimnis, Leute Das kann ich nicht sagen Ja, Pipapu Geheimnis hin oder her hier Jetzt reicht's mir aber Ich bin gebutet, Leute Wir brauchen mehr Schnelligkeit Ich hab hier eben doch irgendwas gesehen Man konnte sich hier doch Das kaufen wir Habe ich noch genug Ich hab nicht mehr genug Robux, Leute Egal, ich lade mir ganz kurz neue Robux auf Dann können wir uns nämlich 2500 Geschwindigkeit direkt dazu kaufen Okay, Leute Kaufe Robux Es müsste eigentlich jetzt gleich geladen haben Komm schon Bitte, bitte, bitte Gib mir meine Robux Ja, kauf erfolgreich Leute, wir haben die 2500 Geschwindigkeit bekommen Warte, wir muten uns schnell So, Seville Arm, wo bist du? Ich mach grad hier noch ein paar Runs Wo bist du denn? Ähm Ja, ich bin hier in der Graswelt Bist du bereit für ein Rennen? Ich bin ready Okay Drei Zwei Eins Go Und überrund Junge, das sieht aus Das wird ein Rückkehr Rückwärts rennst Alter Bro, ich lauf hundertmal an dir vorbei Warum bist du so langsam, Bro? Hä? Bro, du bist ja geisteskrank schnell Ja, du bist einfach geisteskrank langsam, Bro Hä? Guck mal Geht es an deinen neuen Kicks An deinen neuen Trätern An deinen neuen freshen Trätern vielleicht? Äh, ich weiß auch nicht, Bro Also, ich glaub Ich bin einfach zu schnell für dich Ich sag ehrlich Ey, das ist krass Wie viele Runs hast du jetzt schon? Hm Fünfhundert Warum? Okay Fünfhundert ist krass, Leute Ja Fünfhundert ist richtig krass Also, ich bin Rat mal, wie viele Runs ich hab Ähm Vierhundert Nein Die Hälfte Wie? Du hast gerade mal zweihundert Ja, ich hab zweihundert drei Ich bin so lange hier am Laufband Wieder ein bisschen trainieren Hier ein paar mehr Kicks abholen Und, Bro Das Ding ist Ich glaub Es wird auch Zeit für ein paar mehr Haustiere Findest du nicht? Ähm Also, mit meinem Jimmy Bin ich Grad zufrieden noch Oh Digger, du bist nächster Welt, ne? Du bist schon in der nächsten Welt, oder? Äh, nee Aber ich, äh Was ist das? Finde ich geil im Kurs Oh Ich hab einen Oh, warte, 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 warte Äh, was sagst du? Kannst du nicht laufen? Ah, jetzt kann ich laufen, okay Wir nutzen Also, ich bin jetzt richtig schnell Ich hab jetzt schon Zweihundertsechzig Geschwindigkeit Warte mal, du hast wie viel? Zwei, äh, 26.000 Geschwindigkeit 26.000 Ja, und du? Das, das will ich sehen Zeig Komm, rennen Kann ich jetzt nicht Nein, nein, nein Ich muss weiter trainieren Bro, du lügst Hast niemals 26.000 Wer weiß Wie viel hast du denn? Ich hab, äh, 8.500 Okay 8.500 Ist gar nicht so schlecht Bin ich dir ehrlich, Bro Ist ja gar nicht so schlecht Was redest du, Bro? Ist gar nicht so schlecht Warte, warte Nein, nein Ich kaufe mir jetzt erstmal hier ein neues Haustier Was kostet das? 125 Siege Das ist doch easy peasy Äh, was ist das denn? Lass mich jetzt mein Ei aufmachen Junge Gib mein Ei Jetzt, ja Oh, komm schon Gib was Ich hab ein episches, episches Pad bekommen, Bro Echt jetzt? Ja, ja Ah, das war leider nur grün Komm, Leute Wir brauchen Aber es ist nicht so krass Wir brauchen das legendäre Wir brauchen das legendäre Legendär, legendär Nee, Junge Gib jetzt legendär, Alter Komm schon Ich bin mal, ähm Ich bin mal hier so ein bisschen am shoppen jetzt, ne Mal gucken, was es hier denn so alles gibt Am shoppen Ja, Bro Ich shoppen bin oder ja Du wirst nicht mal so schnell sein wie ich, Bro Glaubst du? Oh, guck dir meine Pets an Yippie Haha, guck mal, Bro Bleib mal Oh Okay, ey, das sieht echt krass aus Ja, da machst du nichts, ne Das ist echt coole Pets, muss ich sagen Kann man die noch upgraden? Nee Okay, später erst Guck mal, also ich Wie viel bekomme ich denn jetzt, wenn ich aufs VIP-Rad gehe? Oh, Seven Ich will nichts sagen, aber er sieht nicht gut für dich aus Hahaha Äh, wer sagt das? Wer sagt das? Weil ich hab jetzt nämlich gleich schon 10.000 Geschwindigkeit, Junge Let's go 10.000? Ja, hä, normal, Bro Ey, ich hab jetzt diesen Lava Ey, wenn ich die böse Katze kriege, wär krass Oh, ich hab mein erstes Auto bekommen Bro, du kriegst ja gar nichts Was ist das hier? Warte Okay, ich hab nicht genug Gewinne Gib her Ah, ich hab das schon Äh, also ich mein natürlich Ich lauf erstmal ein bisschen Wie, warte mal Wie, du hast was schon Ey, gar nichts Digga, sag mal nicht, du hast wieder Du hast wieder bestimmt den ganzen Shop leer gekauft Ja, Bro, ich will doch nichts kaufen Was denkst du denn von mir? Also, ich bitte dich, Seven Ich sag, du hast den ganzen Shop leer gekauft Ja, aber das dauert echt bis den lange, ehe man hier Siege bekommt Ich glaub, das könnte ruhig bisschen Ein bisschen, äh, schneller gehen, tatsächlich Ja, also, ja Äh, wie schnell meinst du denn? Wie schnell soll denn das? Okay, wartet, Leute Ich hab mich kurz gemutet Weil ich hab mir ganz kurz doppelte Siege gekauft Damit bekomme ich doppelt so schnell Trophäen Ich würde sagen, wir muten uns ganz schnell So, Seven Ich bin wieder da Also, guck mal Ich sag mal so Ich hab jetzt schon Sehr, sehr viel Warte mal Geh mal runter vom VIP-Laufbahn Das ist mein Laufbahn Das ist mein Laufbahn, Bro Ich hab jetzt schon über 12.000 Geschwindigkeit Du? Das glaub ich dir nicht Komm, renn Komm, jetzt renn Komm Du willst renn machen? Ja, komm Komm, komm renn, Bro Weißt du, will ich jetzt ab? Ist mir egal Weißt du, will ich jetzt ab? Nein, ist mir egal Komm, renn jetzt Nicht draußen Okay Okay, let's go Komm, wir machen renn Das will ich sehen Okay Jetzt pass auf Also, drei Zwei, eins Go Von wegen, Dicker Junge, wie viel Geschwindigkeit hast du? Von wegen, Bro Guck mal, ich überrunde dich easy Hä, wie viel Geschwindigkeit hast du? Ich hab 11.000 Da bist du überrascht Dachtest du dir ehrlich Du bist schneller als ich Bro, wie viel hast du? Ich hab 11.000 Hä, ich auch? Ja, Bro Du hast aber nicht so coole Sneaker wie ich Hä, ich hab auch 11.000 Was soll denn das denn jetzt? Junge Und da hast du nicht so eine coole Lilane Spur wie ich So eine Trail Ja, einen Trail kann ich mir eh mal kaufen Das ist ja gar kein Problem Ja, kauf für deine Trail Hier, zack Ich hab jetzt einen Trail Nee, ich geh in die nächste Welt, Bro Hier Ganz einfach Hä, warum bist du so schnell? Junge, ich glaub's gar nicht Ich hab noch 700 Trophäen übrig Ich kauf mir hier drüben direkt erstmal das nächste Ei, Bro Das kostet nämlich schon 400 Egal, ich kauf das Komm schon, komm schon, komm schon Gönn Agent Shark Hä Ich kauf mir noch eins, Leute Komm, legendär Oh, Agent Shark nur Ey, Junge Ey, warum bist du so arg schneller Obwohl du Nur wegen den Schuhen? Bro, du hast keine Trails Und gar nichts Und warum hast du eigentlich so viel Wie bist du so schnell auf 11.000 gekommen, Bro? Ja, ich hab eine geheime Taktik hier rausgefunden Die Lumex nicht weiß Das ist halt das Gute Ja, 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 das sagt er Ich geh jetzt hier erstmal aufs VIP-Laufen Und wieder ein bisschen rennen Boah, die Kicks, Servi Die kommen und kommen und richtig schnell Zack, 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 zack Ich renne und ich renne und ich renne Wir rennen hier Wir geben richtig Gas Links, rechts, links, rechts Jetzt bin ich aber auch richtig schnell Ja, du bist aber nicht so schnell Guck mal, wie ich am Rennen bin, Servi Ich kann schon gar nicht mehr Komm schon, renn weiter, schneller Wie viel Geschwindigkeit hast du jetzt? Ich hab jetzt über 14.000 Boah, okay, das ist krass, Leute Das ist real so krass Digga, willst du mal in die neue Welt kommen, Servi Oder wie sieht's jetzt aus bei dir hier, Kollege? Ich hab's gleich, ich hab's gleich Alles gut, ich hab's gleich Ich renne jetzt hier schon Und nochmal Junge, ich bin so schnell Guck, gehst an, Leute Wow, ich überhole dich Ich seh dich links, Servi Ich seh dich links Guck mal hier, ich überhole dich Hä, wo bist du? Ja, du siehst mich gar nicht mehr hier Guck Junge, du bist viel zu schnell Aber deine Schuhe sind halt auch krass Du hast übelst große Schuhe dabei Ey, Leute, ihr müsst euch vorstellen Normalerweise braucht man so Locker eine Minute, um hier lang zu laufen Und ich mach das so in zwei Sekunden Ah, guck mal Guten Morgen, Servi Wie sieht's aus? Guck mal, ich berund dich Tschüss Ich brauch dafür sechs Sekunden Fast sieben Sekunden Ja, tschüss Servi Ich geh in die nächste Welt schon rein Ja, haust rein jetzt Ja, tschüss Bro, Servi Man braucht fünf Wiedergeburten Um hier weiterzukommen Ja, siehst du mal Siehst du mal, Bro Ja, aber dafür kaufe ich mir jetzt hier Das Ey, ich kann das eigentlich kaufen Ey Servi, man kann das eigentlich kaufen Äh, vielleicht musst du dafür eine Wiedergeburt haben Ja, das kann sein Ah, dann kaufe ich mir jetzt hier nochmal ein paar Eier, ich hab ja 1700 Siege Ey, kaufe ich mir einfach hier ganz viele Eier Und legendär Ey, ich krieg nur Agent Bunny Wie sieht der Typ da aus von dem Ei? Ist einfach ein Typ mit Zompeln Ja, ein legendäres Pet Komm schon, bitte Ich probiere jetzt auch Bro, ich probiere jetzt auch Ich bekomme Ich krieg nur Agent Shark die ganze Zeit, Bro Ja, ich hab Ich hab ein Agent Bunny bekommen grad Ich hab nur Agent Shark die ganze Zeit Ich hab übel Anlag, Bro Agent Bunny Agent Katze ist episch Oh mein Gott, das ist sehr gut Okay, warte mal Bin ich jetzt viel schneller? Warte mal Ich kann doch jetzt hier drüben schon aufs Laufband gehen Warte mal Wie viel ist die gebraucht, um in die Welt zu kommen? Tschüss, wie schnell das geht Guck mal, guck mal, guck mal Wie viel ich jetzt plus mache Oh mein Gott, Junge Ey, es geht so schnell Ich krieg 50 50 Pro Stepper Okay, das ist echt wild Wie viel kriegst du pro Stepper? Ich hab 26, glaube ich, gerade bekommen Ich krieg 50 Oh mein, ich bin jetzt bei 20.000 Geschwindigkeit schon, Leute 20k ist krass Also ich bin grad bei 13.000 Wir sind gar nicht so weit auseinander entfernt Meine 13.000 Geschwindigkeit Ich bin gefühlt nochmal doppelt so schnell wie deine Weil ich so coole Schuhe habe, Junge Ich sag dir ehrlich Deine Schuhe, äh Die machen es halt, ne Das ist der Unterschied Oh, Bro Oh, du wirst ewig brauchen für die Strecke, Bro Selbst ich brauch hier schon mehrere Sekunden Oh mein Gott Wie viele Sekunden brauchst du für die Strecke? Eins Zwei Drei Da steht's doch, da steht's doch, der Balken unten Ich brauch, ah, warte, warte, warte Ich brauche 3,43 Sekunden Oh, okay, das ist krass, Junge Ich brauch selbst bei der vorletzten grad 6,8 oder so 6,8, warte, wie viel, wie viel, wie viel krieg ich hin? Mach mal Für die vorletzte brauch ich 1,7 Oh mein Gott, okay, das ist krass Ich brauch 6, äh, Sekunden und 83 Millisekunden Ey, ich würd's, ey, ich brauch jetzt ne Wiedergeburt Nein Ich guck jetzt mal ganz kurz, ich glaub ich kann jetzt auch in deine Welt rein, ja Ich kann jetzt Eier endlich hier kaufen, jetzt geht's Ich kann Eier kaufen Oh, ja, ich kann hier Teufels Eier kaufen Oh mein Gott, Lava High, episch, oh mein Gott, oh mein Gott Ich bin jetzt bei der letzten Stufe Und? Und jetzt zeig ich dir, wie lange ich hier brauch Oh mein Gott, okay, das kannst du keinem erzählen Ey, komm schon, bitte, bitte, gib nochmal Gib nochmal ein krasses Pad Ich brauch das legendäre Pad, komm schon, bitte, bitte, bitte Ich brauch 11 Sekunden einfach Lava High, episch nochmal, let's go Komm, bitte gönn jetzt Leute, wir brauchen das legendäre Pad Vulkan Katze Ah, komm schon, bitte, legendär, gib mir, gib mir Hey, gib mir das legendär, Junge Komm schon, letztes Pad, Leute Du siehst das legendäre nicht, save nicht Ja, aber ich hab voll viel episch bekommen Ja, du sehst so nicht Tschüss Juhu Alter, er überholt, Junge, ich seh ihn gar nicht, Leute Ich seh nur seinen blauen Schleier Ich geh jetzt wieder aufs Laufband Wie viel bekomm ich jetzt? Huh? Oh mein Gott, Leute Ich krieg so viel Stepper, oh mein Gott, so viel Geschwindigkeit Let's go Wir rennen und wir rennen und wir rennen Und ne Vulkan Katze hab ich diesmal bekommen Was bringen die? Ey, egal, ich mach ne Wiedergeburt Echt jetzt? Ich hab ne Wiedergeburt gemacht, Bro Oh mein Gott, ja, da musst du mich jetzt wieder einholen Da musst du mich jetzt wieder einholen Ich bin wieder in der ersten Welt Oh mein Gott, ich hab ne Wiedergeburt gemacht Egal Warte Ja, Bro, ich bekomm doch instant richtig viele Stepper, Bro, easy Warte mal Kann ich nicht jetzt auch schon direkt wieder eine Wiedergeburt machen? Aber man braucht mindestens 2500 Ja, safe Du musst da wieder komplett durchkommen Ja, Bro, guck mal, guck mal, guck mal Ich komm doch jetzt schon direkt in die nächste Du denkst jetzt, ich komm nicht mehr auf Bro, du unterschätzt das Hier Hä? Ist das so schnell mittlerweile? Hä? Warte mal Oh mein Gott, Mann Ey, ich hab Angst, dass ich das nicht mehr aufhole Wir schaffen das, Leute Warte, ich hab da noch welche Ich hab da noch Tränke Warte mal Also du musst jetzt 5 Sachen Äh, du musst jetzt 5 mal Oh mein Gott, oh mein Gott Ich hab übel das krasse Pad Was hast du gezogen? Ich hab Dominos Gelb gezogen Das ist übel das krasse Pad Wie viel Multiplikator gibt das? Äh, 1,85, glaub ich Wow, okay Das ist echt strong, Bro Das ist fast doppelt Das ist richtig krass Ey, Seven, ne Das Ding ist Wenn du deine erste Wiedergeburt hast Du wirst so lange brauchen Für deine erste Wiedergeburt Doch, 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 doch Nein, 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 nein Also ich guck jetzt mal Oh, ich hab ein Ei Mal gucken Dominos Grün hab ich gezogen Was bringt der? 2,1 Multiplikator, Bro Was? Ey, das ist krass Mal 2,1 Ist doch richtig schuld, ne? Warum brauch ich hier jetzt grad so lange, Junge? Leute, das wird, äh Mal 2,1 Ist krass Ja, freu dich nicht über dein komisches Dominos, äh Pad da Bro, wenn man eine Wiedergeburt macht Kriegt man auch einen Schub dazu automatisch, ne? Das ist eigentlich voll die Meta Man kriegt nämlich, man kriegt, man upgradet seine allgemeine Geschwindigkeit bei einer Wiedergeburt Äh, ich hab grad ein episches Pad bekommen 8% Wahrscheinlichkeit 8% Wahrscheinlichkeit Ja, und wie viel Multiplayer gibt's? Äh, sag ich dir, das gibt, warte Wir holen uns die Stepper 1,8 Mal Wir holen uns die Kicks Wir holen uns die Kicks Bam, bam, bam Also ich muss sagen, ich hab jetzt gute Pads Richtig krasse Pads tatsächlich Aber man braucht einfach 5 Wiedergeburten So, ich, also ich hab jetzt mal eine erste Wiedergeburt gemacht Man konnte doch auch Oh Erste Wiedergeburt So, zack, mal gucken, wie schnell ich jetzt bin, Leute Ähm, ja Oh mein Gott, bin ich langsam Oh mein Gott Bro, ich bin so langsam Bro, du bist, du bist wieder auf der ersten Spur jetzt Junge, komm, wie langsam du bist Oh mein Gott, Semmel Ey, das kannst du gar nicht erzählen, Leute Ich bin richtig langsam Ey, das Geile ist, Bro Ich bin jetzt schon wieder in der vorletzten Welt Das ist so geil Was? Ich bin jetzt schon wieder in der vorletzten Welt, Bro Also das ist echt heftig Und ich mach gleich meine zweite Wiedergeburt Let's go Dann bekommst du nochmal so einen Schub Digga, ich bekomm pro Upgrade immer einen Prozent Oder einen Schub nochmal oben drauf Das ist halt so OP Ich mach jetzt in der zweiten Welt schon 45 Geschwindigkeit pro Stepper Ey, das ist krass Das ist echt krass Du bist so langsam Ich renn hier ganz entspannt Weißt du, ich che hier ein bisschen So, guck ein bisschen hier Guck ein bisschen Und währenddessen läuft er hier ganz entspannt Zack, zack, zack Schon wieder auf 11 Ne, 8000 jetzt 8000 hab ich jetzt wieder 8k? Ja, 8k hab ich Und ich bin jetzt gleich schon wieder in der letzten Welt angekommen Let's go Das ist halt echt crazy So, und jetzt geh ich hier direkt in die letzte Welt wieder rein Let's go Da sind wir wieder Ich bin gleich in der zweiten Welt Ey, warte mal, Bro Ich hab übel die Taktik Oh mein Gott Ich hab übel die Taktik Warte mal Und zwar Eine Wiedergeburt kostet 2500 Ich fahr mir jetzt in der letzten Welt direkt so 10.000 Trophäen Und mach alle Wiedergeburten auf einmal Boah, das wär krank Bro, da muss ich nicht immer in jede Welt erst wieder reingehen Das stimmt Weil ich hab jetzt gleich wieder meine 20.000 Geschwindigkeit voll Und dann renn ich hier die ganze Zeit einfach Komm schon 20.000 Wir haben gleich wieder 20.000, Leute 20.000 Geschwindigkeit Wie hast du 20k auf einmal wieder? 20.000 Geschwindigkeit Ey, Leute Ich lass durchlaufen bis 30.000 einfach Dann kann ich alles auf einmal direkt machen Ich renn und renn hier einfach Und zack, renn schneller, renn schneller, renn schneller Renn, renn, renn bis 30.000 Und wir haben jetzt schon 22.000 Und wir haben jetzt gleich schon 23.000 Und wir rennen Bist du auf dem Laufrad eigentlich? Natürlich, ich renn die ganze Zeit Zing, zang, zing, zang Links, rechts, links, rechts Renn ich die ganze Zeit, Bro Ja, Seville, es sieht nicht so gut für dich aus heute, ne? Sag ich ehrlich Leider nicht, ne Heute sieht es so gut aus 25.000 Robux in meine Tasche 25.000 Robux in meine Tasche Und komm Wir haben jetzt Die 30.000 geknackt Let's go Oh mein Gott Wie schnell bin ich jetzt? Wie schnell bin ich jetzt? Uuuuh Ich mach Ey, warte mal 700 nur? Was? 700 Okay, na, das haut schon hin Das haut schon hin Ey, Bro, warte mal Ich bekomme In drei Sekunden In unter drei Sekunden Mach ich 700 Trophäen hier jetzt gerade, Bro Also, Leute Ich muss sagen Du möchtest es auf jeden Fall Viel weiter als wir Bruder, guck mal, guck mal, guck mal Ich speed hier durch Ohne Probleme Hier, guck mal Niiiii Bo, ich hab jetzt schon 5000 Siege Ja, aber wie viel brauchst du für die Wiedergeburt? Ich weiß nicht Wird es pro Wiedergeburt teurer? Ich weiß es halt nicht Ja, das ist Wie viel brauchst du gerade jetzt für die Wiedergeburt? Also, ich brauch für die neb Die brauch ich 2500 Ja, dann kannst du das doch schon abgeben Ich weiß nicht, ob dann alle abgezogen werden, ne? Äh, nein, nein Bro, bro, bro Es ist alles weg dann, deswegen Ja, ja, das meine ich Ah, meinst du, dass alle Trophäen danach abgeflogen werden? Ja, ja, safe Du hast null Trophäen dann Oh nein Nein, 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 nein Das hab ich Nein Oh, oh, oh Was hat Lumix da jetzt gemacht, Freunde? Egal, egal Weißt du, was ich mache? Ich fahr mir trotzdem richtig weiter Ich fahr mir jetzt so 20.000 Trophäen an Dann öffne ich hier die ganze Zeit Pets Bis ich richtig krasse Pets hab Und dann kann ich mit den richtig krassen Pets Hier in einer Sekunde gefühlt durchrushen Wenn es deine Taktik ist, okay So, warte, warte, warte Komm, wir öffnen wieder Eier Wir öffnen wieder Eier Let's go, Leute Komm schon, komm schon, komm schon Lava-Hund Okay, okay, okay Komm schon Gibt was krasseres Gibt was krasseres Gibt was krasseres Lava-Hund, ey Komm schon, gib das legendäre Pad Komm schon Ey, ich kann hier so lange aufmachen Gefühlt Ich muss das legendäre Pad bekommen, Saddle Ich muss Ich muss es bekommen Hast du das Glück? Hast du das Glück geholt vielleicht? Dann bekommst du es ja eher Ne, hab ich nicht Ich brauch kein Glück Ich krieg's auch so, Bro Ja, okay Ja, dann würde ich schon Ey, Junge Das kommt ja wirklich nicht hier Okay, komm schon Ey, Saddle, Bro Du weißt Die Zeit ist doch gleich um, ne? Ja, so sieht's aus Ja, wie viel hast du denn? Wie viel Geschwindigkeit, hä? Oh, wie viel Wiedergeburt hast du, hä? Eine Wiedergeburt und Geschwindigkeit grad 3400 jetzt Ich hab gesagt, 3000 Geschwindigkeit, ey Ja, und? Du? Du bist ja so kacke Ey, das Ding ist Wir haben jetzt nur zwei Minuten, Bro Ich quell jetzt gleich meine ganzen Eier noch ab Meine ganzen Haustiere Und dann Oh, okay Hab ich ein legendäres bekommen? Ich glaube nicht, Leute, oder? Was ist das? Hast du legendäres? Ich hab's bekommen, das mythische Ich hab's Ich hab's Ich hab's Alter, lärm ich nicht voll Oh mein Gott Okay, warte mal Und die müssen wir upgraden können Das können wir Gold machen, Leute Wir haben's Gold Sehr nice Das können wir auch Gold machen Gold, zack, easy Bro, meine Pads, Digga Als ob du's geflogen hast Meine Pads sind so OP Warte, wie viel mach ich jetzt? Hä? Aber ich krieg trotzdem nur 50, hä? Warte mal Ich glaub, man bekommt in der ersten Welt am meisten Kann das sein? Beim Laufband, glaub ich, ja Ich geh jetzt nochmal in die erste Welt, Leute Warte mal Ne, da krieg ich nur 38 jetzt Okay Ey, selber letzte Minute, Bro Schreng dich an Also ich bin jetzt Gleich in der letzten Welt Und zwar jetzt Mäh Hast du schon eine Wiedergeburt gemacht? Äh, nö Nochmal Nö, mach ich nicht Warum nicht? Weil ich jetzt hier Bist du aufs Laufband noch gehe? Schnell, zack, zack, zack Hier rennen wir nämlich, Leute Oh mein Gott, guck dir das an Ja, let's go Ja, wenn ich jetzt Gold Ja, die Wiedergeburt hab, hab ich gewonnen Weil ich hab zwei Wiedergeburten Dann bin ich weiter Deine Wiedergeburten sind aber gar nichts wert, Bro Hä? Aber ich bin trotzdem weitergekommen Als du Ja, ich hab aber viel krassere Pets Dann hast du Ja, und? Ich bin trotzdem weiter als du Am Ende vom Video Hä? Hä? WTF? Junge Du machst keine Du machst keine Wiedergeburt vor mir Was machst du? Du kriegst nie im Leben Die Wiedergeburt vor mir Wie viel hast du denn? Du hast auch erst eine, ne? Ja Ja, dann hab ich gleich gewonnen Hm Vielleicht hab ich jetzt gleich zwei Ich hab jetzt gleich zwei Wiedergeburten Ja, und wer nach der zweiten Wiedergeburt Mehr, äh, mehr Schnelligkeit hat Hat gewonnen, okay? Ja, das stimmt Also wie gesagt Wer nach zwei Wiedergeburten Mehr Geschwindigkeit hat Hat gewonnen Ja Okay Level 10 Sekunden Wie 10 Sekunden? Die Zeit ist jetzt gleich vorbei Oh Oh Ja, dann, äh, es sieht so nicht so gut aus Dann mach wieder Geburt Komm Ich hab noch keine Beide Ich hab noch keine Trophäen Wie viel brauchst du noch? Ich brauch noch, äh, 800 Und ich bekomm pro Trophäe am Ende Oh, das wird knapp Ja, irgendwie so Okay, komm, du kriegst 10 Bonussekunden Komm, Servi 10 Okay 9 Let's go, let's go, let's go 8 Ey, es wird knapp, Leute Ich weiß, ob ich es schafft 6 Es wird zu knapp Es wird zu knapp 5 4 3 2 Nein Warte, 1 Ja, warte mal 1 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 Und ich hab die Wiedergeburt Das ist sehr krass Okay Ich hab die Wiedergeburt Und ich hab die Geschwindigkeit 10 Geschwindigkeit 10? Du hast ein Huge Pad Du hast ein Huge Pad einfach krank Du hast die Geschwindigkeit 10? Ja Ich hab 10.000 Ja, Leute In diesem Sinne Danke, dass ihr dabei wart beim Video Lumix hat hier gewonnen 25.000 Robux kriege ich von dir, Kollege Darkest Ding, Bro Wow, komm, 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 wie schnell ich das mache Guck mal Guck mal, Bro Der ist zu krank, wie schnell du bist Das ist echt zu krank Ah, Junge, das ist echt zu geil GG Lumix hat gewonnen Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat Also auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da Vergesst nicht zu abonnieren Checkt doch gerne selber ab Und checkt vor allem noch eins dieser beiden Videos hier ab Und ansonsten würde ich sagen Fürs nächste Video Holen wir uns auf jeden Fall Ja, hier einen würdigeren Gegner Das war ja hier echt Bisschen zu einfach, muss ich sagen Ja, also hier Ja, mega, mega So 25.000 Robux für mich Wir sehen uns, Leute Haut rein, bis dahin Wir sind raus Ciao